Wer sich den letzten Part nicht angeschaut hat, muss das nicht unbedingt tun. Außer wer will sehen, wo es richtig angepisst war, der kann das gerne. Gerne kann der das tun. Gerne kann der das tun. Underground 1. Und wenn du jetzt irgendeinen Mist gebaut hast, ja... Hat er nicht. Ihr seht schon, dass ich nur noch 54 Leben habe. Das liegt an den letzten drei verkrampften Leveln. Oh, da war einer genauso dumm wie ich. Aber ich will den Pilz da haben. Oh, Junge, 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 Junge. Japaner! Gott, das waren auch Japaner-Level. Das letzte, was auch so richtig übel war, war nicht mehr Japaner-Level. Aber jetzt kommen wieder ein Deutschland-Level. Warte. Jo, Alter. Wohne willst du Pups, Mann? Präsidemine, wat? So. Ja, geht da runter. Schnapp dir den scheiß Pilz. Da. Ja. Klar. Böse, 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 böse. Fuck, fucking, fucking, fucking Gumba. Als ob man Das ist nicht so hart Das ist nicht so hart Ich bin übrigens schon 50 mal gestorben Das ist unfassbar Oh Gott Was ich hab Jetzt sterb ich nur noch Aber jetzt stelle ich mich auch gerade echt bescheuert Was ist denn mit dieser Welt los Boah Ich stelle von jedem Level Die Abschlussquote Da um mindestens 40% ein Da kommt drauf an Wie viel das selber abgeschlossen hat Ich verschlechtere echt Überall die Abschlussrate Weil ich einfach so dumm bin gerade Guck dir das an Warum hat der auch den Pilzenpeen da hingemacht Dann ohne Halt ohne Pilz Dann halt ohne Pilz Wenn du meinst Dann halt ohne Ohne Aber mit dem Ding hier Als ob Als ob Dann halt doch mit Pilz Oh Gott Ich hab gedrückt Aber wenn das Spiel meint Nö hast du nicht Dann hab ich halt nicht Oh Junge Das ist so ein Krampf Dann spiel ich halt ohne Pilz Wenn du meinst Level Jaaa Ich würde mal gleich Nach der Sache Mal meine Abschlussquote Bei meinem Level sehen Ich hab ja schon zwei hochgeladen Wenn ihr meine Level spielen wollt Die Die ich Im Part gemacht hab Da ist immer Jaaa Gott Danke man Ich hab auch noch kein Level In SMB3 oder SMB World Style gesehen Da gab's wohl noch nicht so viele Suchtis Puh Shit Alts Jaaa Shit 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 Nein Kein Japaner Level Mann Das sieht aber nicht so Krampfhaft aus Oh Gott Eigentlich schon Lass ich mal das Level fragen Ne Level hast du einen Krampf Wow Ja das gibt Ups Aber leider nur drei In dem Fall würde mir das sogar helfen Ein paar Ups wieder zu kriegen Das wollte ich nicht Wetten der wird jetzt wieder Kilometer weit weg Ja First Try Jetzt wird's wieder gechillter Jetzt kann ich wieder hier ein paar Leben gut machen Das ist aber auch gut so Meine Güte Ist das Also Level 3, 4, 5 What Ah Bom Bom Nein Ich hab keinen Bock mehr auf Bom Bom Pss Super Mario World Das kann ich gut Ich hab ja Ich bin ja ein ziemlich guter SMW Spieler So Können die mich treffen Was ist denn hier Wenn ich die Kugel Willi brauche Kannst du mir das gerne sagen Da Da jetzt gesprengt wurde Bin ich davon ausgegangen Ich brauch den nicht Nico Ein Nico Der genau so geschrieben wurde Hat auch mal ein Level gespielt Vielleicht war das ja sogar genau dasselbe Das wäre Das wäre wohl Ich war der Meinung Ich hab ihn getroffen Bin ich hier zu der Meinung SMW kann ich aber besser Als den anderen Bullshit Also SMW würde ich immer noch sagen Kann ich am besten Das ist böse, böse, böse Nico Das ist böse von dir Was ist eigentlich da unten Ja Es geht weiter Mit den unnötigen Toden Hier bei SMB Ich mein Super Mario Maker By Rack Nur hier gibt's die sinnlosen Tode Ach da unten ist gar nichts Ja warte halt Ne Boah du bist so gestört Mann Das ist Ah Ah Oh Gott Oh ich hab ein Leben bekommen Das ist schön Okay Das war glaube ich Nicht so geplant Okay Danke Den lass ich jetzt mal Genau wegen So Was Oh Gott Das Level ist auch echt böse Ich hoffe ich schaff's jetzt Dass ich wieder weiterspringen muss Hätte mir gerne einer sagen können Aber jeder hat das gewusst Außer ich Weil ich bin der einzige Der da abgekackt ist Yes Nicht Ja komm So der Sprung ist eigentlich gar nicht so schwierig Lol Boah Alter Die 100 Mario Challenge Das ist echt die Challenge Du Also jetzt Wurden so harte Level gebaut Und ich erwische auch echt harte Okay Ja Gut So Den benutze ich jetzt als Hilfe So kleiner Trick Ja Junge Boah Ne Ich sollte jetzt echt mal langsam Mich zusammenreißen Denn Ich bin dabei Die 100 Mario Challenge Auf normal Zu verkacken So Haha Das kann man doch gar nicht einschätzen Wie man da springen muss Oh Kann man doch Weil es ist nicht so ein weitersprung Wie der erste Sprung Shit Okay Das merke ich mir jetzt Was Weil hier muss man nämlich Anlauf nehmen Ja Also Da ist es doch so kein großer Abstand Also muss man das nicht so krass machen Da reicht auch schon So ein Sprung Weil ich halt auch weit fliege Ja Ja Okay Gott sei Dank Spalladär Oh Alter Ohne Witz Krank Ich glaube In Super Mario Mecca Da kann man keine Checkpoints einbauen Oder Nee Oh Gott So So Dann lass ich dich mal vor Der fliegt halt direkt so hoch Weißt du was Dann benutze ich den Kugelwilchen nicht mehr Man Nur noch 34 Leben Also wenn die nächsten Level nicht gechillter werden Dann weiß ich auch nicht Ne Ja So ist es deutlich einfacher So So hier noch Münzen sammeln Oh Gott Oh Gott Wow Kacke Nein Nein Ey Mann Aber Ich verstehe das Level Ich verstehe das Level immer mehr Und mehr So Ne Ne Das war wieder zu schlecht I hate All Momentan Wirklich Das ist nicht mehr normal So jetzt kratze ich aber hier noch das ab zusammen Ja Das kratze ich jetzt hier noch zusammen Da hinten gibt es nämlich noch Münzen Das ist nicht zu schwach Ja Ja So Oh Gott Ich wollte mich ducken Ja 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 Holy shit Ey Oh Ja 34 Leben 35 Leben ist jetzt nicht die Welt Ne Also wieder 10 10 mal gestorben Hier oder was Kam mir relativ Kam mir öfter vor Ne 13 mal Das ist ja Gut Aber Ich bin gerade so tot Ich habe keinen Bock Sterne zu vergeben Das war erst die Hälfte Und was das ist Will ich nicht wissen Oh Gott Ja Fliegende Fische Klar Der schießt auch noch Ne der schießt keine Blue Pass Der schießt Cheap 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 Psss Gott Der hat auch irgendwie sowas Ein bisschen zu viel geraucht Oder Ein Power Up Boah ein Power Up Das hatten wir aber In den letzten Level Nicht mehr Oh Gott Doch aber dann war es Unnötig weil die Sprünge Einfach scheiße waren Wie das Eine Level Wo der Sprung zum Ziel Einfach so abnormal Kacke war So unbeschreiblich Scheiße einfach So komm Schwimm einfach durch Yes Das gibt 3 Leben Ja Danke 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 Game over Gehen werden wir hier nicht Wir schließen jetzt Wieder Level ab Jetzt läuft es wieder So Level 10 Wieder ein Japaner Dessen Mi Agro aussieht Und mich wieder umbringen will Ja klar Er muss vor Bowser flüchten Oder was Ja anscheinend schon Ey ohne Witz Ne Das ist echt Krass Was hier letzte Zeit Passiert In dem Let's Play Holy Holy Kack Ja Als ob man Mit dem rechnen kann Ne Mhm Hier ist das Ziel Nein Nein Vor Bowser abhauen Vor Bowser abhauen Das Level ist aber nicht so lang Und nicht so schwierig Also es ist möglich Es ist im möglichen Bereich Auf jeden Fall Mhm Yes Nice 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 Oh Gott Wusstest du das Naja Dafür ist es auch chillig Und hier gibt's Münzen Ich muss nämlich Münzen sammeln Für ihn ab Weil ich Am Arsch bin Diese Ansicht Was ist denn jetzt los Warum ist da diese Ansicht Langt das am Pilz Ich glaub schon Gott Ja Lag es auch Oh Schaffen wir in dem Part Noch diese 100 Mario Challenge Die so krass ist Wenn ich Wenn ich da schon Ausrufezeichen sehe Ne Nein Dann nicht Was ist das Ja das so Ach so Das ist wieder so ein gestörter Sprung Verstehe Ne Ich weiß Wie Das kann man Schaffen So schon mal nicht Da ist auch keine gestorben Das ist auch geil Da zu sterben Hat da unten ist auch einer gestorben Oh Gott Nein Beinah Das ist auch wieder so ein Verrecker Level Ne Unfassbar Das ist aber auch wieder so ein Scheiß Level Was ich nicht mag Yes Das ging schneller Das ging schneller als gedacht Wirklich Ich dachte da sitze ich jetzt lange Gibt aber leider nur einen ab Na gut Mehr hat man da auch nicht rausholen können Gib mir Abs Gib mir Abs Gib mir Abs So Wie viele Magos einfach schon verreckt sind Ey Aber bei den gestörten Level Die wir auch hatten Kein Wunder Ja Ja Yes Yes Mann Oh Gott Geil Holy Shit Was soll man das sagen? Der erste Weg ist der schlechteste, oder was? Ne. Geiler Tod, wirklich. Geil, aber das Level sieht auch nicht so krass aus von Adam. Ne? Adam, Adam, schön. Oh. Komm doch her! Als ob der jetzt... Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier? Abs! Nein! Egal, wenn ich jetzt hier so lande, hab ich zwei wieder. Alter, das ist echt nicht einfach. Switchern, es wird immer besser. Das vorletzte Level. Und dann ist es geschafft. Die letzten wurden wieder chilliger. Ich glaube, es war nur Zufall, dass wir so krass bekommen haben. Es wird nochmal krasser. Wie ist das wieder ein Ausrufezeichen? Nein, ich hasse Ausrufezeichen bei Japaner Level. Nach Kaputz. Oh, Ups. Oh, Ups. Sorry, shit. Gibt das Ups. Ja, lol. Ist hier das Ziel? Ne. Oh, Ups. Oh, Ups. Oh, Ups. Okay. So. Wo? Junge, 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 Junge. Oh nein, da war nichts Gutes drin. Den nehme ich jetzt mit. Und zwar für den Kack. Okay. Hier kommen die nicht. Die kommen die nicht. Doch, einige kommen durch. Oh, Gott. Yes, yes. Und ich habe da nochmal so ein Ding hingestellt. Oh, letztes Level. Ich habe 36 Versuche übrig. Ich bin also... Alter, ich bin unfassbare 64 Mal gestorben. So. Ah. Damit auch hier das erste SM... B... 3... Le... W... W... Überhaupt. Dass ich auch in Mario Maker spiele. Ich habe die Disc... Also, alle Momente, die ich mit Mario Maker verbracht habe, waren auch mit euch, weil... Als ich die Disc eingelegt habe, habe ich sofort angefangen zu zocken. Deshalb auch die ganzen Tutorials am Anfang und allem. Und jetzt gibt es hier nochmal so richtig aufs Maul im Letzten. Aber der erste Versuch war gar nicht so schwach. Komm, jetzt aber. Ich drücke doch. Was willst du von mir? Ich drücke. Ich habe gedrückt, aber okay. Ich bin nochmal aus Spaß gesprungen. Aber Leute, das war's. Oh, ich habe es geschafft. Die 100 Mario... 100 Mario... 100 Challenge. Die 100 Mario Challenge. Die 100... 100 Mario Challenge auf normal. Habe ich geschafft. Crazy. Es ist Peach. Danke, Mario. Du hast mich gerettet. Ich hätte jetzt auf Toad... Ich hätte jetzt tot gedacht, aber... Es ist ein ernstes Peach. Level Design. So. Taco gehört eingesperrt. Bowser's Castle plant. Dieses... Und Ayo Bom... Ja, das eigentlich auch. Also, so ein paar Leute von denen gehören weggesperrt. Ansonsten... War das super. Ende. Ah, guck mal. Da kann man Figuren freischalten. Für... Diese Amiibo-Sache. Falls man die Amiibos anscheinend nicht hat. Nein, danke. Gut. Jetzt noch die letzte Sache. Ich möchte mal sehen, wie es mit mir läuft. Wie es mit meinen Leveln läuft. Das hat immer noch keiner geschafft. 38 Leute sind darauf verreckt. Also, die 38 verschiedene. Kann man irgendwo sehen, wer das gespielt hat. Es haben vier gespielt. Und das hat einer gespielt. Und nach zwei Versuchen hatte auch er keinen Bock mehr. Also, beide Level noch gar nicht geschafft. Das war's über Mario Mecca. Danke fürs Zusehen. Ich hab's geschafft. Bis zum nächsten Mal. Und im nächsten Part spielen wir dann die 10 Mario Challenge. Ich bin jetzt nämlich fertig. Tschüss. Tschüss.